einen wunderschönen morgen tag drei ist oder hat angefangen für mich hat er eigentlich relativ früh angefangen denn ich habe seit viertel nach zwei bin ich wach geworden habe ich wach gelegen die ganze zeit über ich habe geschwitzt wie ein tier ich konnte nicht mehr richtig pennen und keine ahnung ja und heute morgen als ich dann endlich wieder ein bisschen eingeschlafen bin da klingelt dann natürlich mein handy und da war die dame vom gesundheitsamt dran und hat mir dann natürlich alles mal wieder schön erzählt worauf ich jetzt achten müsste und dass ich ja jetzt in quarantäne und isolation wenn oder wollte sie die kontaktperson wollte sie wissen ich dachte eigentlich dass sie nicht mehr so viel zeit haben aber anscheinend haben die nun doch wieder mehr möglichkeiten mehr personal oder was auch immer naja egal also im grunde genommen hat sie dann gefragt was für symptome ich habe seit wann ich diese symptome habe und habe ihr dann gesagt dass ich seit sonntag ging das los mit dem husten und so weiter hatte mich aber damit vertan es war glaube ich der montag war es gewesen und dienstag bin ich ja dann zum arzt gegangen ja von daher und abends habe ich ja dann den test gemacht den pcr test der ist übrigens jetzt da pcr test hatten wert von 18,2 also dieser ct wert 18,2 deswegen also sie sagte jetzt dadurch dass ich jetzt gesagt habe sonntag war das mit dem husten ja ich hatte auch am sonntag schon leichten husten hat sie gesagt naja gut fünf tage dann kann ich mich halt frei testen lassen und könnte dann halt rein theoretisch ab morgen jeden tag versuchen mich frei zu testen ich also im moment macht das keinen sinn ich meine das merke ich ja selber was ist was also ich meine ich weiß nicht wer von euch schon mal listerine probiert hat oder listerine benutzt ich meine listerine hat ja extremen geschmack und ja nach dem zähneputzen habe ich dann mal mit listerine den mund ausgespült und ja was soll ich euch sagen null null kommand nix rieche ich und schmecke ich von dem zeug also ich merke dass das dass das so ein bisschen brennt dass das scharf ist das merke ich schon aber geschmack nix und das ist natürlich ein bisschen bisschen schade weil ich bin da in der hinsicht nun mal halten genießer gut auf der anderen seite viel bewegung habe ich ja jetzt nicht das heißt ich kann ja jetzt auch nicht an meinem sportprogramm halt weitermachen und wenn mir nichts schmeckt dann er sich auch nix klar ein bisschen was muss ich essen also apfel es sich banane es sich aber so auch wirklich großartig appetit auf irgendetwas sowieso mit heißung habe ich eigentlich auch nicht einzige was natürlich blöd ist mein geliebter kaffee ich trinke unheimlich gerne kaffee habe ja so eine kaffeemaschine sondern so vollautomat aber auch da ich rieche und schmecke dann nix von deswegen macht das eigentlich für mich auch keinen sinn also trinke ich im augenblick wasser ja wie gesagt mein lazarett zeig das mal eben ja meine frau hat sich die matratze rausgeholt die schläft dann halt im wohnzimmer töchterchen hat ja ihr eigenes bett schläft aber auch bei mama im wohnzimmer dann halt und ja ich versuche hier wie es nur irgendwie möglich ist den tag gut über die runden zu bringen ist natürlich doof man liegt halt sehr sehr viel und das ist das was ein bisschen blöd ist also jetzt deswegen auch wenn es nur ein paar schritte sind ich laufe jetzt hier im zimmer ein bisschen hin und her wenn ich nach draußen gehe wenn ich ins badezimmer reingehe dann setze ich mir die maske auf ich habe immer griffbereit meine ffp2 maske ja die setze ich dann halt auf sagt den beiden vorher bescheid die setzen sich dann auch eine maske auf der eine oder andere sagt ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber ich meine zwei die sind ja genesen die hatten vor gut zwei monaten hatten die eine infektion aber man muss es ja nicht man muss es ja nicht passieren man muss mich herausfordert deswegen also schutz ist alles und ich werde auch mit der freitestung ich werde morgen mal einfach einen test machen aber die freitestung als solches werde ich übermorgen machen weil so richtig wirklich so richtig los ging es ja erst am montag und deswegen ich werde es nicht übertreiben ich habe keine lust auf irgendwelche spät folgen oder sowas und deswegen auch mit dem sport ich werde da definitiv erst mal ein bisschen mit warten ich werde es langsam angehen weil alles andere bringt mir nächsten das gleiche zählt eben halt auch mit dem arbeiten gehen also ja gut so jetzt werde ich mir noch ein paar folgen was der fragen muss man ja tun spanisch habe ich schon gelernt ich lerne ja nach wie vor mein spanisch da mit duolingo und da bin ich jetzt also die reihe durch den ganzen wiederholungen also video guckt anders bleibt ja nicht oh mein gott ist das langweilig oh ja das kann ich dir sagen also ist total langweilig hast du denn idee was wir machen können ich habe tatsächlich keine idee hast du eine naja wir könnten mal wieder fernsehen gucken das haben wir ja so selten gemacht so mittlerweile haben wir abend und vor lauter verzweiflung also abend am dritten tag vor lauter verzweiflung werde ich jetzt mal einen selbst test versuchen ich weiß zwar dass das überhaupt nichts bringt aber versuch macht klug vielleicht kann ich ja morgen schon los zum freitesten so wie man vielleicht unschwer erkennen kann an meinen glasigen augen bin ich auch relativ weit in die nase reingegangen aber wenn da wollen wir das ganze spiel auch fair machen nicht so dann schauen wir mal wie war das noch vier tropfen wo ich träume schon gar nicht eins zwei drei vier das problem ist jetzt natürlich dass das relativ durch den schnupfen relativ zäh ist naja schauen wir mal nicht so er fängt an zu wandern also beim letzten mal hat das gar nicht so lange gedauert bis ich die kelle kriegte schauen wir mal wie es jetzt aussieht hey bis jetzt steigt da bis jetzt alles gut ja vielleicht kann ich ja morgen wirklich zum freitesten also das sieht schon mal gut aus aber nein da kommt er der balken schade na gut war ein versuch wert würde ich mal sagen aber ja satz mit x das war wohl nix schade schade aber er ist nicht so deutlich und nicht so schnell gekommen wie beim letzten mal aber ich glaube so ein paar tage habe ich dann wohl noch vor mir ja dumm gelaufen ja super so sieht er dann aus nach anderthalb minuten also ich mit freitesten das kann ich wohl brauche ich morgen gar nicht dran zu denken da brauche ich auch übermorgen und über übermorgen nicht dran zu denken ja scheiße würde ich mal sagen das wird nichts ja dann ist dazu